Musik Ja hallo, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Polytechnischen Schule Köflach. In den kommenden Wochen wird es hier viele Informationen und Livestreams zum Thema E-Learning und Home-Learning geben. Ihr, liebe Schüler, seid ja dazu, verdonnert zu Hause zu sitzen und zu lernen. Wir werden euch natürlich so gut es geht unterstützen und hoffen, dass wir diese Situation gemeinsam meistern können. Wichtig ist, dass ihr in den kommenden Wochen bitte möglichst zu Hause bleibt. Meidet den Kontakt zu älteren Menschen, versucht soziale Kontakte auf das absolute Minimum zu reduzieren. Das öffentliche Leben ist ohnehin schon sehr eingeschränkt, das hat einen guten Grund. Nur wenn wir zu Hause bleiben, können wir die Ausbreitung auch wirklich eindämmen. Jeder von euch ist gefragt, jeder von euch muss mitarbeiten. Und niemand sagt, dass das Ganze keinen Spaß machen darf. Deshalb würde ich vorschlagen, wir starten heute die Jogging-Hosen-Schule. Also, wenn ihr beim E-Learning seid, wenn ihr in die Livestream kommt, Jogging-Hose an, es wird gemütlich. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Passt auf euch auf, bleibt gesund, helft, wenn ihr helfen könnt, bleibt zu Hause, lernt und versucht das Beste aus eurer Situation zu machen. Bis zum nächsten Mal.